Untertitelung im Auftrag des ZDF Du noch! Was? Oh, keine Ahnung. Die ist immer noch nicht möglich, oder? Der war eigentlich ein Müll. Ich will den Löffel nicht mit. Was? Ich kann eine die. Ich bin aber noch schwer. Ich will die reinbringen, weil ich die gar nicht benutze. Oh, oder? Ich bin noch nicht. Ich hab einen Hohstern nicht genug? Ich hab einen Hohstern nicht genug? Das war aber ganz schön, ne? Wir haben kein Messer hier, ne? Warte mal, Fokko hat irgendwo eine Katte in der Tasche. So, ein langes Klopapier. Der ist für mich extra. Das glaube ich. Was steht denn da drauf? Kann man gar nicht lesen. Lennot! Brücke! Lennot! Brücke! Ah. Warte, wir zeigen noch ein Stück. Ich würde sagen jetzt ungefähr, oder? Warte, das passt aber eigentlich. Ja, hier die Mitte von so einem zum Element. Ja, ich hab andere drei. Aber andere halben. Ja, das ist gut. Ja, lass mal so genau das. Der historische, wo wir sind, ist sauer. Die drei Männer von der Tankstelle. Erstmal hier. Genau. So, jeweils eins, jeweils eins, kriegen wir das los. Können die Leute fließt? Weißt du, ich finde das geil, dann kannst du weiter einspucken, dann kann ich mich holen. Nennst du dir mal einen Augenblick. Du hast die Nasen. Ja, du hast die Nasen. Akzentierer! So! So, das hier nochmal. Dann können wir sein Nasen. Ja! Warte, lass uns los. Schatzi ich noch mal hier. Schatzi ich noch mal hier. Du schützt dich aber nicht aus. Noch nicht. Ich hab doch gerade kurz an der Rede, dass wir ein bisschen Licht haben. Ne, ich mein, warum jetzt so krass da jetzt kommt. Monitor! Du schützt dich an ... Untertitelung des ZDF, 2020